Auf die Summe! Was soll ich denn machen? Kannst du dich alle ganze Hände auf dem Flugzeug stellen? Ach, hier ist ja gar kein Flugzeug. Kannst dein Namen schießen, Digga. Meinen Namen schießen, ja. Deinen Namen tanzen, Digga. So viel Moon hab ich gar nicht. Willst du Huchensohn schreiben, oder was? Digga, wie du einfach den Triple machst, digga. Jock den nicht. Bitte wiederholen sie ihre Aussage zu meiner Frage in Deutsch. Die Frage dann, Digga. Wieso, meine? Du kannst mir zocken, wenn du willst, Digga. Mir ist das egal. Nein, fünf Euro. Fünf Euro donate, Digga. Ich bin jetzt einfach Faceclown, Alter. Alles klar, wie der läuft, mach ich sicher. Scheiße, Aimbot. Wir haben keinen Aimbot, Dig. Wir haben keinen Aimbot. 90% von Faceclown haben Aimbot, aber ist okay. Nein. Nein, 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 nein. Nein, haben sie nicht. Ich hab ja nicht schon gegen die gespielt, aber ist okay. Ja, Face... Face... ...und dann hat er auch Aimbot, oder was? ... 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 Nein. Sag meine Meinung, Digga. Ja, da würde ich rauskommen, wo ich hinste... äh, ich sag immer Rika. Wenn ich angekündigt habe, dann hat es mir die Stirn gefahren. Servus. Digga, wegen Mad King habe ich gerade nichts gesehen, aber klar. Nein, nein, es wird angezeigt, dass... nein. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Ich auch, Digga, ich bin fast gestorben auf das Ding. Aber Mad King. Wer hat nochmal was gemeint, dass Faze Clan ein Bot hätte? Ich hab das gesagt. Warum? Warum behauptest du sowas? Weil ich es weiß, weil ich mit denen gelabert habe. Easy. Kencht? Ja, an der 30. Zeit habe ich mit denen gezogen. Wir haben kein Aim-Bot, die sind ja bei MLG dabei. Wie sollen die dann auf der Lad-Party hacken? Wieso kommst du jetzt hier rein und packst ab? Was ist mit dir? Ist doch, Alter, was laberst du überhaupt, Alter? Wie ist es? Zög doch mal auf die Bows. Oh, okay, sorry Bows. Ich wollte nur Frauen. Sieht mir nicht. Aber ist sie schon weg? Ja, ist ja. Freunden sind andere Eltern. Ich bin scrupellos. Lass mich auf uns die Kiste. Ich bin scrupellos. Komm, lass mich da jetzt. Ich bin 21er. Ja. Das ist besser. Soll mir meine Kiste. Rettet die Kiste. Alter, meine Kiste ist da immer noch. Ja, die liegt da auch immer noch. Hast du noch Orbit? Ja, hab ich noch. Ich hab drei Leute gekriegt. Okay. Ich kann ja aber irgendwie nicht raushauen, Digga. Oh, ich bin One-Hit. Ich bin absolut. Ich bin absolut. Hau Orbit raus. Hau Orbit raus. Oh mein Gott. Blutschock. Ich kipps, ey. Danke für dein Vertrauen. Äh, für deine Zumutung. Du bist doch nicht wirklich, was du sagen sollst, ne? Ja. Du bist du, Mensch. Ich hab noch Orbit gleich, warte. Ich hab noch Orbit. Ich muss ja nicht warten. Nur noch 17 Schuss, Digga. Mach jetzt Dings rein. Achso, Orbit, Digga. Ja, ja. Hey, Dobi. Digga, hast du Orbit? Hau Orbit? Oh mein Gott. Warum ist die Partei eigentlich auf offen? Weil ich behindert bin. Ja, möglich. Ich bin brutal. Ich hab keine Money mehr damit, Digga. Ach, es ist Pause. Es ist gerade Pause, Digga. Ich bin 27, Digga. Alter, 25, 0, 27, 0. Oh mein Gott, Digga. Ich fack dich auf, Digga. Ich fack dich auf. Oh mein Gott, ich bin gerade so am Zittern, weil das ein Videospiel sowas machen kann, ey. Oh. Das krasse ist ja, wir kommen gerade mal vom Zombie, Digga. Und haben gerade mal eine Runde S&D gezockt, Digga. Haben nicht mal Aim oder so. Hast du noch einen Orbit? Nee. Ich bin gut verorbit. Wie, nee? Ich bin 60, glaube ich, verorbit. Ich bin 60, glaube ich, verorbit. Ich glaube, ich 60, verorbit. Ich habe mal ein Paket bei 99. Ich nehme die Flagge ein und flash irgendjemanden. Ich läch dich gleich, Digga. Und mein Gesicht. Nö, ich bleib jetzt hier hinten im Spawn, ey. Ich lege mich jetzt hinten drauf. Auch wenn ich jetzt von der Map gefallen war. Oh mein Gott, die Drohne. Wenn die Drohne mich jetzt rettet, ne? Digga, ich brauche nur 10 Punkte. Nur 10. Nein, der spielt halt mit einem Sniper oben im Haus. Du Hurensohn mit Schalldämpfer. Er schießt hier durch, Digga. Mit Dröweknopf. Effe nur Hurensohn. Digga, ich habe nur 10 Punkte, die mir fehlen. Digga, ich habe nur 10 Punkte, die mir fehlen. Ich habe Hölz da. Hab, Obi! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie hat er in der Ecke schild, Digga, der Hurensohn? Oh mein Gott. Nimm, lass mir den. Oh mein Gott. Was heißt, du lass mir den? Ich habe 28 oder? Digga, ich bin 26, Digga. Aber du stirbst sowieso dazu. Oh mein Gott, Digga. Ich muss in den Scheiß gehen. Ich muss in den Scheiß gehen. Da spawnen uns rein. Die kämpfen alle da. Oh mein Gott, wie rot ich bin. Nein, der Klaue die mir. Nein, der Klaue die mir. Wie rot ich bin, Digga. Oh, Alter. Da hinten sind auch noch welche oder nicht? Ey, der Scheiße, der Aubie weg. Der Aubie ist weg. Der Aubie ist weg. Der Aubie ist weg. Hat mir nur eine Drohne, Digga. Was hast du, Drohne? Oben ist einer am Fenster. Ja. Ja, er habe gehittet des Grauen. Oh mein Gott, Digga. Was macht der hinten bei A? Was macht der hinten bei A? Ich weiß es nicht. Lass sie mir bitte. Lass sie mir bitte. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ne, 29. Beide vor 29. Beide ein Kill vor. Hey. Ich hab jetzt Drohne. Ich hab die Fresse, Digga. Ich hab die Fresse. Ich geh zu A. Ich geh zu A. Nein. Das war nicht. Der eine spielt gar nicht. Ich hab sie. Der Bruno. Ich auch. Let's go. Direkt Film speichern. Ich hab zwei Clubs verdient die Runde. Zwei Möbel. Oh.